Was eben direkt in der Fußgängerzone ist. Ja. Es ist ja auch so, direkt in der Fußgänger-Tour, in dem Fall, ist das nicht ideal, ne? Ja. Das ist ja, mit dem Online-Ticket geht problemlos, will ich ja? Das geht problemlos, ja. Das geht problemlos, ja. Ja, das geht problemlos. Das geht problemlos. Ne, das ist... das ist schon in Ordnung. Das ist kein Problem. Du, nächste Woche ist mal Feinstein. Ne. Das ist eigentlich alles normal. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017